Heute wollen wir so ein paar Fotos für meinen neuen YouTube-Channel machen und ja, dazu sind wir hier in Kassel unterwegs und wollen mal gucken, was da so geht. Ja, und die Fotos macht der? Chris, super cool! Genau, deswegen machen wir uns jetzt mal los und gucken, was wir so hinkriegen. Dann mal auf! Das ist dann die Winter-Version, die wir machen. Mit Jacke und Pulli. Dann können wir erstmal irgendwas anders in der Sommer-Version machen. Dann mit Shorts und, keine Ahnung, sommerlichen Sachen. Ich stehe jetzt rum mit einem Schluck Wasser. Erstmal testen so. Nochmal auf Aufgang. Ja. Dann dreh ich da so um, wie du dann am Ende rein wirst. So. So. Und los. So. 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 Ja, wir sind jetzt durch so weit mit dem Shooting und ich bin schon ganz gespannt auf die Ergebnisse. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass die ganz cool werden, weil er es einfach richtig drauf hat. Und deswegen guckt auf jeden Fall auf eure Seite, egal, guckt auf jeden Fall auf seine Seite dann an. Und ja, wir machen uns jetzt ins Warme und wärmen uns ein bisschen auf und checken mal die Ergebnisse durch. Bis dann. Ciao.